Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Ivona und Alex von Kempe und mehr. Alles weitere nach dem Intro. Heute früh sind wir in Warnemünde angekommen. Heute waren wir das einzige Kreuzfahrtschef im Hafen. Hier im Hintergrund ist der Hafen von Rostock. Von dort aus starten die Autofähren. In diesem Hafen gab es auch Passagierwechsel. Leute sind gegangen, Leute sind gekommen. Die Aufzüge funktionierten nach einem sehr speziellen Zufallsprinzip. Man wählt ein Stockwerk. Und ein der vier Aufzüge wird zugeteilt. Manchmal funktioniert das. Manchmal aber auch nicht. Denn manche Aufzüge sind auch sehr voll gewesen. Aber was soll's, die Treppenhäuser sind auch schön. Und Treppenlaufen ist auch gesund. Auf dem ganzen Schiff sind solche Bildschirme verteilt. Das ist hier die MSC-For-Me-App. Die gleiche wie auf dem Handy. Und hier kann man sämtliche Sachen anklicken. Zum Beispiel Schweißkarte und so weiter. Oder nach Theater schauen. Welches Theater zu bei, welches Stück heute Abend kommt. Also das finde ich eine super Sache. Dieses Theater ist sehr, sehr schön. Und die Shows sind sehr gut. Und hier ein Zusammenschnitt der verschiedenen Shows. Das ist sehr, sehr gut. 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 Für mich war die beste Show das Auslaufen aus Warnemünde. Musik Und das gleiche als Timelap. Und das gleiche als Timelap. Noch ein schneller Frühstück im Buffet-Restaurant. Aida Prima kommt auch gerade an. Mein Moin aus Kiel. Unsere Reise ist leider jetzt zu Ende. Wir gehen jetzt gleich vor Bord. Wir gehen jetzt gleich vor Bord. Also danke, dass ihr unsere Videos geschaut habt. Ihr könnt gerne ein Like da lassen und ein Abo. Dann verpasst ihr keines unserer weiteren Videos. Also macht's gut. Also macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.